wir betrachten in diesem video wieder folgen und konzentrieren uns hier auf zwei interessante eigenschaften und zwar auf die monotonie und die konvergenz wobei letzter besonders wichtig sein wird noch mal zur erinnerung bei folgen handelt es sich um abbildung die natürlichen zahlen reelle zahlen zuordnung also ab von den natürlichen zahlen in die reellen zahlen und das erste die erste eigenschaft die wir angucken möchten ist die sogenannte monotonie denken sie zum beispiel an einen algorithmus der aus einer liste das kleinste element findet dann gilt vermutlich je größer die liste ist desto länger braucht der algorithmus und solche solche zusammenhänge die will man im bereich der will man mithilfe des begriffs der monotonie erfassen und man definiert einfach eine reelle folge an heißt monoton steigend falls für alle n gilt dass an kleiner gleich an plus 1 ist das heißt der nächste folgenwert ist immer größer oder gleich dem aktuellen folgenwert wenn er echt größer ist dann mal eine solche folge streng monoton steigend das heißt hier ist die bedingung dass an echt kleiner ist als a hoch n plus 1 und das wäre zum beispiel hier der fall bei unserem algorithmus da ist es vermutlich so dass wenn sie das kleinste element finden dass mit jedem element in der liste dieses dass es mehr gibt desto länger wird es wirklich dauern diese folge wird vermutlich der der laufzeiten wird dann vermutlich wirklich streng monoton steigen sein es gibt nicht nur monoton steigen es gibt natürlich auch wenn es umgekehrt ist monoton fallend das heißt wenn sie etwa wenn sie eine beziehung haben dass an größer gleich dem nächsten folgenwert an plus 1 ist das heißt dass die folgenwerte immer kleiner kleiner werden beziehungsweise auch gleich bleiben dürfen dann heißt eine solche folge monoton fallend beziehungsweise streng monoton fallend wenn der nächste folgenwert immer echt kleines als der vorherige gucken wir dazu ein beispiel an erstmal die folge hier an an soll definiert sein als 1 minus 1 durch n das ist die schwarze folge und sehen wir starten hier bei 0 gehen dann auf ein halb und so weiter und diese folge die steigt immer weiter und jeder nachfolgende folgenwert ist echt größer als der vorherige diese folge die ist tatsächlich monoton steigend und sogar streng monoton steigend umgekehrt die folge ein halb hoch n da sehen sie wir starten hier bei 1 gehen dann auf ein halb und so weiter diese folge ist streng monoton fallend und damit natürlich auch monoton fallend die zweite eigenschaft die wir angucken möchten ist so genannte beschränktheit und eine reelle folge an heißt nach oben beschränkt wenn es ein m 1 gibt so dass für alle n also für alle n gilt das a n kleiner gleich m 1 ist das heißt für alle folgen wert für alle elemente der folge sind die sind die folgenwerte kleiner gleich m 1 dann heißt m 1 obere schranke und entsprechend die folge nach oben beschränkt ganz analog definiert man nach unten beschränkt wenn es ein m 2 gibt so dass für alle n gilt das a n größer gleich m 2 ist das heißt dass alle folgen glieder größer gleich m 2 sind und m 2 heißt dann entsprechend untere schranke und die folge ist beschränkt wenn sie nach oben und unten beschränkt ist gucken wir auch dazu wieder ein beispiel an diese folge hier ein die ist definiert als 1 minus 1 durch 2 n und die ist hier einmal dargestellt man sieht wenn wir bei n gleich 1 anfangen dann rechnen wir 1 minus 1 durch 2 mal 1 also 1 minus 1 halb ist ein halb das heißt das ist der erste folgenwert im entsprechend für n gleich 1 der folgenwert a 1 gleich 0,5 und dann entsprechend ist diese funktion streng ist diese folge streng monoton steigend und es gilt aber außerdem dass es werte gibt die immer zum beispiel kleiner sind als alle folgenwerte zum beispiel jeder wert 0 ist sicherlich eine untere schranke für die für die diese folgenwerte das heißt alle folgenwerte die es gibt die sind sicherlich größer gleich 0 sind auch größer gleich 0,25 und so weiter sehen daran schon dass die eigenschaft untere schranke dass die nicht eindeutig ist es gibt typischerweise ganz viele untere schranken und ja da gibt es halt mehr als eine unter umständen gibt es eine die ausgezeichnet ist und zwar die größte untere schranke und die größte untere schranke heißt infimum und das wäre in dem falle 0,5 sehen auch schon an diesem beispiel dass diese schranke auch tatsächlich angenommen werden darf von den folgengliedern und für diese folge gilt dass alle folgen glieder auf jeden fall größer gleich 0,5 sind deswegen ist 0,5 eine untere schranke und von allen möglichen unteren schranken ist die 0,5 auch die größte eben das infimum umgekehrt wenn wir die oberen schranken angucken sehen wir dass alle folgen glieder die wir haben können dass die auf jeden fall unterhalb der 1 liegen wenn sie alle unterhalb der 1 liegen dann liegen sind natürlich auch alle unterhalb der 2 und so weiter das heißt 2 wäre auch eine obere schranke und 1 aber eben auch 1 ist hier eine obere schranke und tatsächlich ist 1 an der stelle auch die kleinste obere schranke und die kleinste obere schranke das ist das sogenannte supremum und an diesem beispiel sieht man noch etwas sie sehen dass das dass wir hier die fälle haben dass es so aussieht als ob sich diese diese folgen glieder immer näher dieser 1 annähern würden und das führt uns zu unserem nächsten und zentralen begriff und zwar zum begriff der konvergenz und man sagt dass eine folge können begehrt gegen einen grenzwert wenn in jeder umgebung des grenzwertes fast alle folgen glieder liegen so was man fast alle folgen glieder so eine folge hatte unendlich viele folgen glieder und fast alle heißt immer alle bis auf endlich viele ausnahmen die idee ist also dass wenn wir so einen grenzwert haben und für so eine umgebung haben um einen grenzwert also ganz wird hier zum beispiel wäre das sind verschiedene sind halt die folgen glieder sehen können von oben und von unten aber wir kommen diesem a immer 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 näher das heißt wenn wir so eine umgebung angucken die in die eine und die andere richtung jeweils so ein bisschen schlauchartig um diesen grenzwert a herumgelegt ist dann sind irgendwann alle in dieser umgebung drin also ab irgendeinem zeitpunkt gegen alle folgenden folgen glieder die später kommen in diesem in dieser umgebung drin und das ist die idee bei der konvergenz bedeutet oder das ja dass das soll eben heißen und dann wollen wir eben eine solche folge konvergent nennen gegen einen grenzwert a gucken wir das ganze noch mal etwas formaler an und geben eine formale definition für konvergenz und grenzwert wir nehmen eine folge an sei also a n für n aus n eine reelle folge und wir nehmen eine reelle zahl a aus er her dann heißt eine folge konvergent gegen den grenzwert also der wert gegen diese folge läuft so grenzwert heißen gegen den grenzwert a falls es zu jedem epsilon größer null jede reelle zahl epsilon die irgendwie echt größer null ist soll es geben ein groß n aus den natürlichen zahlen so dass für alle klein n die größer gleich dem groß n sind gilt dass der betrag von a n minus a kleiner als epsilons echt kleiner als epsilons gucken wir noch mal hier die die visualisierung an was es bedeuten soll das soll bedeuten dass wenn wir so eine folge haben und eine zahl a dann soll es so sein dass egal wie auch immer wir diese umgebung wählen also egal wie klein wir das machen also egal wie weit weg wir von diesem grenzwert sowohl nach oben als auch nach unten gehen zu jedem epsilons größer 0 muss nur halt echt größer 0 sein für jede umgebung soll es ein groß n geben das groß n ist der wert ab dem alle folgen folgenden folgen glieder in dieser umgebung liegen und das in dieser umgebung liegen wird eben ausgedrückt durch diese beziehung dass also der abstand von a n zu n das von 1 zu a dass der echt kleiner als epsilons ist und das heißt dass die folgen glieder also hier drin liegen also das hier ist nur ein anderer ausdruck dafür dass das a n in dem intervall liegt von a minus epsilons bis a plus epsilons und wenn man das hat dann schreibt man wie sie es vielleicht schon mal gesehen haben dass der limes für n gegen unendlich von a na ist oder eben auch mit dieser pfeil notation dass a n gegen a konvergiert und wenn das nicht der fall ist dann heißt eine folge divergent also alle folgen die nicht konvergent sind die nennen wir divergent um die definition noch ein bisschen klarer zu machen von eben erinnere ich noch mal daran dass die eigenschaft dass der betrag von a n minus a echt kleiner epsilons ist dass diese eigenschaft äquivalent ist zu der eigenschaft dass a n in dem intervall von a minus epsilons bis a plus epsilons liegt also genau darum und wenn man das im hinterkopf hat kann man die definition noch ein bisschen besser lesen wenn man so eine definition angibt ist natürlich immer wichtig dass man guckt ob die definition überhaupt sinnvoll ist und in der definition war immer von dem grenzwert die rede das bedeutet also es immer genau einen gibt und das auch tatsächlich so das sagt der folgende satz aus eindeutigkeit des grenzwertes der grenzwert einer konvergenten folge ist eindeutig das heißt wenn ich eine folge habe die gegen a1 konvergiert und gegen a2 dann folgt daraus sofort automatisch wenn sie gleich ist dass a1 gleich a2 ist und das ganze wollen doch einmal beweisen fangen wir dazu an nehmen wir an wir haben eine folge an die gegen a1 konvergiert und auch außerdem gegen a2 konvergiert und wir nehmen erstmal an dass a1 ungleich a2 ist also das ist so ein bisschen hier visualisiert wir haben hier so also eine folge und sehen auch gleich schon wo das problem liegen wird und wir haben einen grenzwert a1 und einen grenzwert a2 die jetzt irgendwie unterschiedlich sein sollen und dann setzen wir das epsilon auf den wert a1 minus a2 durch 3 das heißt wir wählen das epsilon genau so dass der abstand zwischen a1 und a2 in drei teile aufgeteilt wird 1 2 3 und die da entsprechend gucken wir die umgebung an wichtig ist dass die sich jetzt weil wir den abstand so wählen dass sie sich nicht überlappen können das heißt dass das intervall von a1 minus epsilon bis a1 plus epsilon dass das kein gemeinsames element haben kann mit dem intervall von a2 minus epsilon bis a2 plus epsilon weil da ja so ein abstand ist deswegen haben wir das extra diesen abstand von a1 bis a2 extra in drei teile aufgeteilt damit sie sich eben nicht überlappen können gut wenn wir das haben dann wissen wir na ja da n gegen a1 konvergiert und gegen a2 gibt es irgendwelche indizes n1 und n2 und ab diesen indizes müssen alle späteren folgenglieder in der entsprechenden epsilon umgebung von a1 beziehungsweise a2 liegen diese epsilon umgebung das sind jeweils diese intervalle um a1 und a2 jeweils in beide richtungen epsilon groß wenn wir jetzt den größten dieser beiden werte nehmen n1 oder n2 also das maximum der beiden dann liegen ab dort alle folgenglieder in beiden umgebungen das kann aber nicht sein wie man hier schon sieht kann kann ja nicht funktionieren wenn sie alle oben liegen dann können sie nicht alle hier unten liegen das funktioniert nicht wenn sie alle unten liegen können sie nicht gleichzeitig oben liegen weil die haben ja keine gemeinsamen elemente also das kann nicht der fall sein weil diese epsilon umgebungen des jungs sind also war die annahme falsch und a1 muss gleich a2 sein und damit ist der grenzwert eindeutig kommen jetzt noch zu einer speziellen art von von konvergenz und zwar konvergenz gegen null und wir wollen nennen in zukunft eine folge die gegen null konvergiert typischerweise null folgen so eine standard notation und es gibt so eine absolut typische null folge das ist die 1 durch n folge also die folge die sie hier sehen und die konvergiert gegen null aber nur weil das in der visualisierung so aussieht als ob die gegen null läuft muss das natürlich nicht so sein wir betrachten deswegen einmal noch mal die definition und beweisen diese eigenschaft einmal formal wir sagen also möchten zeigen dass 1 durch n null folge ist dass die also gegen null konvergieren und da fangen wir an wir wählen uns einfach mal so ein epsilon sei also epsilon größer null so wollen wir hin gucken uns noch einmal an wie sieht das aus das ganze soll ja eine null folge sein das heißt die folgen wieder sollen irgendwie alle gegen null laufen so aussehen so weiter und wir setzen da jetzt mal so ein epsilom fest und das soll epsilom sein und dann suchen wir weiter ein groß n so dass ab diesem groß n alle folge glieder hier in diesem in diesem bereich liegen also tat man alle irgendwie hier so liegen und dieses große n suchen wir und dazu setzen wir einfach setze groß n irgendwie so dass das echt größer als 1 durch epsilom ist es muss ja geben völlig egal wie das epsilom gewählt haben wenn wir 1 durch epsilom brechen kommt irgendeine zahl raus und dann wird es irgendeine natürliche zahl geben die echt größer ist das formen wir einmal um und folgen daraus dass dann gilt dann gilt auch dass 1 durch n echt kleiner epsilom ist einfach durch umformen mit umgleichung sei nun also wir wollen jetzt darauf hinaus dass alle folgen die da die index haben der größer größer n ist größer gleich n ist dass die in diesem bereich liegen also sei n größer gleich groß n so dann gilt dass 1 durch n klein n kleiner gleich 1 durch groß n ist das ist wieder ganz normales rechnen mit ungleichungen und damit gilt aber damit gilt dass a n also das n folgen glied dann hat er den wert 1 durch n 1 durch klein n 1 durch klein n ist aber kleiner gleich 1 durch groß n 1 durch groß n ist aber echt kleiner als epsilom außerdem gilt außerdem gilt außerdem dass 1 durch n wenn n eine natürliche zahl ist dass es immer echt größer 0 ist weil 0 kann es nicht werden und negativ kann es natürlich auch nicht werden deswegen ist es immer echt größer 0 damit wissen wir aber damit gilt aber damit gilt dass 0 kleiner als a n ist was nichts anderes war als 1 durch n und das wiederum ist echt kleiner epsilom also das a n im und etwas anders aufgeschrieben gilt damit dass a n minus 0 davon der betrag echt kleiner epsilom ist und wir hatten an der stelle ja einfach irgendein klein n größer gleich groß n genommen das heißt nichts weiter darüber vorausgesetzt das heißt diese eigenschaft hier gilt für alle klein n die größer gleich groß n sind und das ist genau das was wir für die konvergenz zeigen müssen das heißt wir wissen damit auch das gilt es gilt also also dass die folge a n in dem fall ist es jetzt nicht mehr das einzelne element sondern die folge a n für n gegen unendlich dass die gegen läuft und so kann man eben direkt aus der formalen definition die konvergenz einzelner folgen beweisen gucken wir jetzt im nächsten schritt einmal diese folge noch mal genauer an und auch einen satz dazu der erste satz über konvergente folgen soll sein konvergente folgen sind beschränkt kommen uns ein beispiel an die konvergente folge die wir gerade bewiesen haben die 1 durch n folge ist hier auf aufgemalt und wenn wir uns daran erinnern was beschränkt bedeutet beschränkt bedeutet es gibt eine untere und eine obere schranke das heißt werte so dass die folgenwerte immer größer gleich einer unteren schranke sind und kleiner gleich einer oberen schranke und wenn wir das scharf angucken hier sehen wir alle werte sind auf jeden fall kleiner gleich eins und auch größer echt größer als null damit haben wir unter und obere schranke gefunden und diese folge ist beschränkt und das gilt aber tatsächlich für alle konvergenten folgen und diesen satz wollen auch einmal beweisen also alle konvergenten folgen sind beschränkt deshalb nehmen wir erstmal eine konvergente folge an also sei an eine konvergente folge eine konvergente folge konvergente folge mit grenzwert und jetzt müssen wir da irgendwie ein grenzwert geben und den grenzwert nennen wir mal a mit grenzwert a grenzwert klein a wir setzen jetzt setze y einfach mal auf 1 so ich visualisiere einmal hier so rechts ein bisschen was was die idee dazu sein soll also wir haben so eine folge und wir haben diesen diesen grenzwert wie hier soll a sein und wir machen jetzt eine umgebung so eine einzelumgebung um dieses a herum also hier soll entsprechend a plus 1 sein da soll a minus 1 sein das ist dann hier dieses epsilon und was wir aber wissen ist weil die folge ja konvergent ist gegen a das heißt diese folge muss irgendwie so laufen dass wir also hier haben wir irgendwie folgenwerte die können irgendwie hier liegen außerhalb aber es muss einen punkt geben ab dem alle folgenwerte in dieser umgebung liegen alle weiteren folgenwerte und dieser punkt ab dem das gilt das ist das groß n also es muss irgendwie so ein groß n geben hier ab dem alle weiteren folgenglieder auf jeden fall in diesem bereich liegen also in dem hier irgendwann müssen die alle hier drin sein und das ist die idee die grundidee für den beweis machen wir also erstmal weiter wir setzen zum epsilon auf 1 dann muss es irgendwie so aussehen das heißt da an gegen a läuft gibt es dann gibt es nach definition ein groß n so dass für alle klein n mit größer gleich groß n gilt das an im intervall von a minus 1 bis a plus 1 liegt also für alle folgenglieder ab diesem groß n da haben wir die alle in unserem intervall eingefangen jetzt kann es natürlich sein dass die folgenglieder vorher vor diesem groß n die können außerhalb liegen die können größer und kleiner sein aber es gibt nur endlich viele die außerhalb liegen weil ab irgendwann in diesem groß n liegen ja alle drin das heißt die die außerhalb liegen sind nur bis maximal groß n sind nur endlich viele und wir können also eine menge und deren größtes element betrachten das machen wir auch wir sagen sei groß m 1 das größte element größte element der menge und da sammeln wir jetzt alle folgenglieder auf von a 0 und so weiter bis a groß n und dann nehmen wir noch den grenzwert plus 1 dazu das heißt wir haben alle elemente hier in dieser menge drin die die folge annimmt bevor sie in diesen schlauch hier eintaucht das sind eben die hier von a 0 bis a a n a groß n die könnten jetzt auch mit drin liegen aber die dürfen insbesondere auch schon draußen liegen die elemente und wir nehmen a plus 1 und was wir jetzt aber wissen ist dass offensichtlich das größte element dieser menge hier dieses m 1 dass das eine obere schranke sein muss weil die ersten elemente von a 0 bis a n die sind sicherlich kleiner gleich diesem m 1 weil das ist ja das größte element dieser menge das heißt diese elemente sind auf jeden fall kleiner gleich m 1 dann wissen wir dass alle anderen elemente die später kommen in der folge dass die auf jeden fall kleiner als a plus 1 sind weil wir in diesem intervall liegen liegen ja alle hier in diesem intervall das heißt die müssen alle alle späteren müssen auf jeden fall echt kleiner als a plus 1 sein und das bedeutet dass dieses m 1 eine obere schranke für die folge ist also ist m 1 obere schranke obere schranke für ein setze entsprechend setze analog m 2 als kleinstes element also da machen wir die gleiche idee kleinstes element von und wir nehmen hier wieder in der menge alle elemente die unter umständen außerhalb unseres schlauchs liegen also a 0 bis a n und nehmen dann a minus 1 also das kleinere ende des intervalls und dann wissen wir dass dann alle folgen glieder auf jeden fall größer gleich diesem kleinsten element dieser menge also größer gleich m 2 sein muss also ist m 2 eine untere schranke dann ist also m 2 untere schranke untere schranke von a n also unserer folge und deshalb ist a n beschränkt beschränkt weil wir haben untere und obere schranke gefunden und deswegen muss die entsprechende folge beschränkt sein und das was wir gesehen haben ist auch ein gerne gemachter trick wenn wir wissen dass eine folge konvergent ist dann müssen sie irgendwann in einer beliebigen umgebung um diesen grenzwert liegen und alle anderen die hat nicht drin liegen das können nun endlich viele sein und die kann man halt per hand einmal betrachten und davon dann das größte element werden und damit sind wir auch mit dem beweis durch abonniere ich